Moin Gersanie, ihr kennt das ja inzwischen, kleiner Einspieler vom Video, mir ist schon ein paar mal aufgefallen, dass primär die Leute zu meinen Videos finden, die mir nicht abonniert haben, ich hau dafür einfach mal eine Übersicht hier rein, könnt ihr euch das mal angucken, also knapp 9% meiner Viewer sind gerade mal Abonnenten, würde mich demnach sehr sehr freuen, wenn ihr einfach mal ein Abo da lassen würdet und kommentieren würdet, ja und das war es ja eigentlich schon, Leute habt einen guten Start ins Wochenende, kurz geht raus, wir sehen uns bei Twitch und viel Spaß mit dem Video. So, haut rein, peace. Ähm, da hat sich bis jetzt immer jeder beno... Oh, hallo Nex, ich liebe dich, aber ich bin sauer. Ich liebe dich so sehr. Wir sollten miteinander rumlecken. Oh, Mann. Fabi, der tröst sich eh nicht. Jungi, ich weiß, ich vertraue eigentlich niemanden hier außer Tomi. Ich sag's euch, wie das... Och, nö. Pink? Vengert? Okay. Alter, wieso sind denn schon welche im Reaktor gewesen? Vengert? Oh, der hat eine Tourbahn? Okay. Buddy Knechti. Okay, I got it. Ich bin einfach nur froh, dass Ikari letzte Runde vom Schiff geflogen ist. Ganz ehrlich, das war geil. Ich werde mich deswegen dazu heute anfassen. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Ich habe Pipi gefunden, die liegt tot vom Leitsfixen. Kannst du nicht, sie schläft einfach nur? Jungi ist auch gut. Ja, der Knochen, der aus hier rausragt, sagt was anderes. Warte mal. Alles gut, so schlafe ich immer. Okay. Ich muss mal kurz fragen, war Dungi nicht gerade noch bei mir in der Nähe in O2? Genau, der ist dann aber Richtung Medbay gelaufen. Als der Reaktoranbau oder was? Genau. Der ist aber... Das muss gerade erst passiert sein, weil der ist nämlich an Medbay vorbeigelaufen, weil ich bin in Medbay reingelaufen. Der ist oben, sagst du? Dann kann es auf jeden Fall... Wer war mit mir in Navigations Knechti und? Äh, Vanguard. Vanguard ist das, ne? Also ich weiß nicht, ob er an mir vorbeigelaufen ist. Ich bin rechts. Es ist auf jeden Fall einer an mir vorbeigelaufen. Für Navigations. Die liegt genau vorm Lights fixen, weil ich wollte gerade meine Aufgabe in Electrical machen und... Okay, dann können wir mal eben... Ist irgendjemand gerade an mir vorbeigelaufen? Jetzt mal no shit. Wo bist du denn? Ich bin ja in Medbay gerade. Achso, Medbay. Also ganz woanders. Hast du gerade gesagt, dass Dungi an dir vorbeigelaufen ist? Ja, das Ding ist halt, ich bin mir nicht sicher. Ich habe nicht darauf geachtet, wer vorbeigelaufen ist, aber es ist jemand an mir vorbeigelaufen. Es kann dann sein, dass es Dungi war. Wenn ich das richtig verstehe, Dungi war kurz vorher linke Seite. Und Pipi liegt jetzt in Electrical, sprich alle, die jetzt gerade rechts sind. Das heißt, Vengard, ich, wer war das noch? Ben? Buddy und Knechti. Okay, also vier Leute sind schon mal safe raus. Es können also nur noch Fabien, Hikari, Tomi und wer war das? Die Mädels sind übertrieben. Die Jungs sind sicher, die Mädels sind das. Bitte gut. Entschuldigung, als ich gerade auf Klo war, war ich noch ein Junge. Das Ding ist halt aber auch... Das Ding ist halt aber auch... Wir waren halt auch teilweise drüben wegen Reaktor. Weißt du? Ja. Ich kam noch gar nicht zur Richtung weg, weil das so schnell gefixt war. Was war das denn jetzt? Ja. Ja, dann ist das doch... Dann ist das ja wirklich malen nach Zahlen. Oder? Hallo, Amagama70. Du bist ein wunderhübscher Mensch. Und das hier von niemandem was anderes erzählen. Das ist halt Fakt. So. Ich bin dumm. Ich bin toll. So. Ähm. Like this. Engert. Oh Gott. Fabi kann es ja sein, oder? Oh shit. Emergency Meeting. Was ist los? Nee. Ähm, Fabienne, was war deine letzte Mission? Ich bin jetzt in Lower... Nee, Quatsch. Nicht Lower Engine. Was war das? Du hast mit mir Shields. Bip, bip, bip. Shields. Ja, Shields heißt es so. Genau. Was hast du davor gemacht, Fabienne? Ah, bip, bip, bip. Hat die Cari dich bestimmt gerade gerettet haben. Was? Hat Fabienne nicht mit mir... Haben wir nicht den Reaktor gefixt? Gerade eben. Gerade eben. Was hat... Ach so, gerade eben? Das war ich nicht. Und ja? Und davor? Da war ich in O2. Und was hast du da gemacht? Die Blätter. Und wieso warst du so schnell mit den Blättern? Weil ich Beatrun mache. Ach so. Naja, was soll ich denn jetzt sagen? Weil es schnell... Ich bin mit ihr zusammen, sie war da dran und dann zwei Sekunden später ist sie da weggelaufen. Also so schnell kann man das nicht machen. Fabienne, was sagst du? Was soll ich sagen? Sie hat es gepakt, sie ist es. Es tut mir leid, Fabienne. Toll. Es tut mir leid. Nee, was soll... Also... Das war ein Geständnis. Für mich auch. Ich würde Fabienne an dieser Stelle gerne raufordern. Ich wollte jetzt nicht... Was? Nö. Also ich wollte jetzt... Wo war das jetzt geständnis? Also ich wollte jetzt Fabienne nicht. Fabienne hat ja auch gerade... Also wenn Fabienne... Also wenn du das schon zass findest, dann hättest du gerade wirklich ohne Scheiß Simon C.S. sehen müssen. Ich wollte gerade sagen, dass das halt übel schwammig gerade... Also... Ja. Also... Also... Sie ist es auf jeden Fall. Ich glaube, ich würde sagen 120%. Ja, ich auch. Aber das Ding ist halt, ich wehre nicht, dass mein Imposter-Waddy fliegt. Na, okay. Dann weißt du halt ich, Han und dann Fabienne. Stimmt, Han lebt noch. Schade. Ja, aber das Ding ist halt, ich war gerade recht. Ich bin fein raus. Deswegen. Also die Jungs sind fein raus aus Atomi. Okay, ihr müsst jetzt nicht voten, nur... Ich hab's gesagt. Okay. Okay. Hast mich zwar nicht abgeholt, aber ich fand die Geschichte gut. Ich vot mich. Ich bin absoluter Sass. Du bist nur zwei Minus. Absoluter Sass. Tomi? 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 Äh. Ups. Aber wir haben ja wirklich... Schade. Die große Gruppe fragt nach ID. Oh. Lol. Hä? Warte mal. Hi, Chantau. Räuchte denn jetzt doch einen? Wie viele seid ihr denn, Chantau? Also seid ihr zu neunt? Oder bin ich jetzt nur Ersatz? Weil ich bin jetzt hier eigentlich gerade in einer Gruppe und das ist eigentlich ziemlich cool. Ähm. Neun, yo. Habt ihr gar keinen? Weil dann würde ich gleich mal kurz raushören, wie lange die noch machen und dann würde ich eventuell jetzt gleich joinen, ja? Dann finden wir auch einen anderen. Okay, passt auf. Findet erst mal einen anderen, dann zocke ich jetzt erstmal in Ruhe mit denen zu Ende. Und dann würde ich mich gleich nochmal melden. Entschuldigung, ich hab jetzt nicht damit gerechnet, dass ihr jetzt, vor allem jetzt schon am Start seid. My bad. Also wirklich my bad. Ah, danke fürs Fragen. Kuss. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Und hallo, Jugos von Tukos, hab ich gerade gesehen. Einfach nur Ovo. Schafft Hahn zwölf Stunden? Ich hab letztens 13 Stunden geschrieben. Also da geht alles, ne? Es ist 9 Uhr, Hahn. Oh. Boah, wenn ich jetzt hier abgestattet werde von Vengo, ne? Dann ist aber... Ne. Ich weiß. Also wann, äh, wann, wenn... Hä, wo kam jetzt Julia her? Und Knecht, die ist da auch. Nice. Ähm, Vengo. Ich könnte mein Gläschen mal so langsam abholen, ne? Ja. Oh, da oben ist was. Adi. So, wie das? Widder? Der muss ja was auf der rechten Seite sein. Dann kann es Ben und Knecht ihn nicht sein. Falls es gleich rechts Kills fallen. Julia? Okay. Knecht ihn noch da? Yo, okay. Die, die... Die beiden sind safe. Ich laufe auch eher mit Ben gerade rum. Weil Ben hätte Knecht die schon tausendmal umhauen können. Und... Vengard hat gerade schon ein paar Mal gecheckt. Sprich, Vengard ist nämlich erstmal Sass. Ist da unten was? Ne. Bitte. Warum musst du lachen? Weil ich mit Hikari... Egal. Klärt erstmal das. Das andere können wir gleich klären. Ich hab vor der Kamera gestanden und abgesehen. Ja, dann sag mal. Ich hab Tomi in Admin gesehen, aber ich weiß nicht wer. Oh ne, ich hab die beiden gesehen, wie sie vor der Kamera rumgeeiert haben. Achso. Das Ding ist, nur Fabienne und Hikari waren immer die ganze Zeit vorm Admin. Sonst war halt keiner in der Nähe und die waren die ganze Runde vorm Admin. Was, und da ist der Kill oder was? Ja, im Admin ist der Kill. Also Fabienne und oder Hikari ist es auf jeden Fall. Binnen, Binnen, Binnen und Mathe. Beide? Also ich hab da so ne Präferenz, ich sage den Namen bewusst nicht. Fabienne. Ne. Ich sag's doch jetzt einfach mal. Ne, ich sag Fabienne, weil Hikari hat am Anfang Fabienne gesagt. Lass mal ne Runde zurückspulen. Es gab da original vier Beschuldigte. Fabienne, Hikari, Tomi und Pipi. Tomi und Pipi sind tot. Wer könnte's nur sein. Also, wenn wir jetzt erst mal Fabienne. Und, Julia kann's auch noch sein? Leute, ich will Blut sehen. Stimmt, Julia ist auch noch sass. Ist Julia sass? Warum bin ich sass? Weil ich dachte... Sie war bei den ersten beiden Kills? Genau, war sie nicht safe. Da war sie nicht safe bei den ersten Kills. Okay, ja, sorry, dann haben wir drei. Ich hab halt immer das Glück, dass ich nicht safe bin. Ja, dann... Ja, ist natürlich doof. Also, Fairness halber würde ich sagen, wir machen... Wir können dann als erstes eine von den anderen beiden rauswählen. Ach, fuck, ich bin mute. Fabienne, wo bist du hingelaufen? Ich bin in Richtung... Also, ich bin von... Du bist ja in Mad Bay abgebogen. Ja. Und ich bin über... Aber Engine nach unten. Und dann kam... Bäm. Vanguard, wen hast du jetzt gewartet? Hat es... Fabienne. Knecht, die kam mir entgegen. Ich hab... Fabienne... Ey, Hikari. Wir standen die ganze Zeit an einem Punkt und haben rumgetan. Warte, was, 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 was? Warte, was? Wir salutieren unseren gefallenen Kameraden. Wow. Sag ich, okay. Hikari. Okay. Wow. Ja, das Ding ist, ich war gerade verwirrt. Ich war gerade verwirrt. Weißt du, die reden alle durcheinander und ich wollte eigentlich den Proof von Knechti hören. Hä, Knechti? War doch... Sag mal. Jetzt bin ich aber sauer. Jetzt... Nee. Die Julia, die wird jetzt auch rausgewartet. Ich sag's euch, wie es ist. Julia fliegt jetzt auf von meinem Schiff. Die 10 Sekunden schick ich jetzt hier nach oben, ne? Und dann nach 10 Sekunden gehen wir runter, drücken einmal rein in den Knopf und dann fliegt... Aber die gute Julia hat sowas von achtkantig. So, Julia. Was willst du jetzt? Ja, ich wollte gerade das hören, weil das Ding ist, Hikari hat ja gemeint, Knechti ist ihr vorbeigelaufen. Und dann haben alle durcheinander geredet und dann meinte, Hikari, es ist Han. Und dann war ich so... Ja, aber das ist halt... Also... Hikari hat nur Brainlegs ganz oft. Also, ich bin in Madbear reingelaufen und da... Ich weiß nicht, ob Knechti schon drinne war... Oder ich war ein bisschen verwirrt, dachte mir so, fuck, what the fuck, wo kommt Knechti auf einmal her? Als ich die Dings da, die falsche Reagenzlast abgegeben habe. Mhm. Knechti, bist du reingelaufen? Bist du gewendet? Was hast du gemacht? Ich bin kurz vor dir rein. Hab geguckt. Vor dir sogar. Ich hab geguckt, ob irgendwas Totes drinne liegt und dann bin ich wieder raus. Aber können wir kurz festhalten, du hast sie gesehen. Ach, du warst vor mir da drin? Ja. Knechti, du warst vor mir da drin? Ja. Also, bist du reingewendet? Weil ich bin rein, hab niemanden gesehen. Oder ich war komplett blind. Nee, aber Knechti ist ja ein Poster, der kann einfach größere, mehr sehen. Deswegen, wir waren da echt. Ähm, ich weiß nicht, warum du gerade versuchst, den... Moment, Moment. Ich hab ja das Wort gestartet, ich will mal ganz kurz, die 10 Sekunden wenigstens haben. Das hat mich schon gewundert, warum mich Julia jetzt gerade geworfen hat und Knechti und Knechti auf einmal framet. Und das Ding ist halt, Knechti ist aus der ganzen Rechnung seit der Runde 1 raus. Deswegen verstehe ich nicht, warum du framest an jemanden, der 100%ig safe ist. Achso, du würdest sagen, Knechti ist 100% safe, ja? Von der ersten Runde, safe, klar. Dann würde ich sagen, Julia. Ja, hätte ich mich jetzt auch gesagt. Aber was hat das jetzt... Ich wollte ja nicht Knechti... Ich will nur, Julia, ich will nur Blut sehen, alles gut. Darf ich kurz was sagen? Ich wollte nicht Knechti sassen, ich wollte wissen, ob er Hikari proofen kann. Weil Hikari gesagt hat, Knechti hat sie gesehen. Okay, verstehe ich. Aber wieso hast du dann mich geworfen, obwohl ich seit Runde 1 safe bin? Das verstehe ich auch nicht. Weil ich verwirrt war. Okay, das reicht mir nicht, Julia, ich wollte dich. Ja, tut mir leid, dass ich verwirrt war. Ja, so Momente hat man im Leben. Wow. Das Ding ist halt, ich war wirklich verwirrt. Das ist halt traurig. Aber den Kill, den hat Fabienne tatsächlich nicht gemacht. SESA, ich bin so gut. Hikari! Fabienne, was hat ihr getanzt? Was hat ihr getanzt? Ja, natürlich war ich das. Ey, und ich hab noch gedacht, ey, Julia, kommt keine auf die Schläge hin. Ich wusste, dass Fabienne nur mit mir tanzt, damit sie dann ein Alibi von mir kriegt. Nee, 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 Schätz, nur nicht mein Fräulein. Aber, aber kannst du mich Fabienne nennen? Das wäre ganz lieb. Entschuldigung, Fabienne. Was hab ich gesagt? Fabienne sagst du immer. Fabienne! 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 Fabienne, komm mal bei die Jacqueline ran. Meine Mutter benutzt mir gerne meine zweiten Vornamen. Alter, Klaus. Das war doch mal ne Erektivrunde, ohne Scheiß. Jemand in meinem Chat sagt gerade, Han muss uns jetzt ab jetzt immer als erstes sterben. Ab jetzt? Ich habe fünf Fräulein als erstes. Ich wollte grad sagen, Han steht doch immer als erstes. Der Arme. Er ist zu schlau. Ich bin nicht zuerst, Kinder denken alle, ich bin's.